Die Straßenstationen dann aufgebaut haben. In Germany? Boy Scouts, Girl Scouts? Das ist eine sehr wichtige Frage. Das ist ein Schauspieler. In einem Schauspieler ist es eine Schauspieler, die Schauspieler zu sehen. Ich habe es gerne gesehen und ich habe es sehr gut gemacht. Es ist gut, und es ist sehr für die ganze Familie. So Schauspieler, du eine Suche ausgleichbar. Und dann, du siehst. Die zweite Sache, ich habe zwei Fälle geschrieben. Es ist eine Art Schauspieler. Dental professionals tell us that 75% of people have some right now. That's 3 out of every 4 people. Gum disease is the number one cause of tooth loss. If you want to avoid expensive dental treatments and fake teeth and implants, then it is in your best interest to learn as much as you can about this, as well as what you can do to prevent it. The two books I wrote are What You Should Know About Gum Disease and How to Stop Gum Disease in 4 Easy Steps. Again, that's what you should know about gum disease and how to stop gum disease in 4 easy steps. I think every family should have this information, and that's why I'm telling you about it. Thanks again for watching, and have a great evening, day, whatever the case may be. Take care. Bye-bye.